Reiß doch alles ab wieder. Ich weiß, ich wollte auch das Material füllen. Na, wir sind nicht dran. Ich habe Deo-Flasche aufgeschrieben. Deo? Ich habe einen Teekucher aufgeschrieben. Da würde ich mich auch drüber freuen. Klappe die 78. Jetzt, wo ich das schreibe, komme ich mir selber dumm vor. Weihnachtsbaum. Ich habe auch Mini-Tandenbaum, aber das Mini habe ich mir jetzt gedacht. Das passt ja auch gar nicht hier rein. Ich komme mir ein bisschen dumm vor, dass ich Mini vorgeschrieben habe. Klar, das ist ein kleinerer ist. Hast du den Baum wieder zusammengeflickt, den Herr Tirinato auseinandergenommen hat? Weißt du, ich wollte auch das Material füllen. Mal schauen. Ja, ja. Ja, ja. Was, ja, ja? Ich glaube, dass ich es weiß. Was hast du denn geschrieben? Sag ich dir ja nicht. Habe ich Haustiere zu Hause? Ja, habe ich. Aber ist das wichtig? Nee, dann habe ich doch was Falsches. Da muss ich mich doch korrigieren. Ich dachte echt, dass ich es hätte. Ich weiß zwar nicht, was das mit meinem Haustee zu tun hat, was ich hier aufgeschrieben habe. Ich bleibe mal dabei, aber es ist auf jeden Fall falsch, was ich aufgeschrieben habe. Was hast du denn aufgeschrieben? Deo Flasche aufgeschrieben. Deo? Ja, weil ich dachte, es war so ein gerüffelter Knopf. Und dann dachte ich, das wäre so die... Ich habe einen Teekocher aufgeschrieben. Es war auch ein sehr kleiner Weihnachtsbaum. So, also, alles möglich hier beim BVB. Dann drehen wir uns jetzt um, ne? So ist es. Das ist ein Wikinger-Spiel. Ja, Wikinger-Schach. Das wünsche ich mir zu Weihnachten, Mama. Ich habe mich einmal kurz angefasst, wusste schon direkt, was es ist. Also, denke ich mal. Okay, doch. Ich hätte jetzt PS5 gesagt. Ja, Playstation. Da würde ich mich auch drüber freuen. Ich mich auch. Kommt jetzt noch mal was Schwieriges? Bis jetzt war es ja... Ja, wir sind aber auch bewandert, ne? Jetzt muss man nicht vergessen. Ja, das stimmt. Wir kennen uns in allen Bereichen des Lebens aus. So sieht es aus. Ich komme da wieder nicht dran. Ja, okay. Ja, okay. Monopoly? Monopoly. Monopoly. Ich habe die schon so oft hochgehoben, ne? Ich habe mich noch nie gefragt, wie schwer die ist. Hm. Das ist echt eine gute Frage. Ich muss ja was sagen. I don't know, I don't know. Guck, hast du jetzt bei mir geguckt? Du F***er. Hallo. Hey, das piepen wir. Das wird rausgeschnitten. 2,9. Ich habe 2,8. Aber ich sage dazu, er hat bei mir draufgeguckt. Weil er natürlich jetzt alles, was mehr ist, gewinnt er natürlich. Aber wenn er vielleicht weniger ist, komme ich eher nicht. Ah. Du bist ja. Glückwunsch. Ne, ne, ich nehme mir zu unentschieden. So möchte ich nicht gewinnen. Tiki, wir spielen unentschieden. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Wir freuen uns, dass wir die Hälfte der Gegenstände gemeinsam mit unserem Partner 1&1 der St. Vinzenz Jugendhilfe übergeben dürfen. Die andere Hälfte könnt ihr gewinnen. Wir drücken euch die Daumen. Wir bedanken uns ganz herzlich beim BVB und 1&1 und wünschen frohe Weihnachten. Tschüss. Alles. aa criteria. Es geht piralle. coercion, wir rgehen, wir rhängen. Wir rufen, wir rücken. Wir rücken.